Hallo, viele von Ihnen haben uns gefragt, wie man mit den Mund-Nasen-Bedeckungen richtig umgeht und das erklären wir jetzt. Ganz wichtig, bevor Sie die Maske anziehen, gründlich die Hände waschen. Wie man sich richtig die Hände wäscht, erklären wir in einem anderen YouTube-Video, das haben wir hier unten verlinkt. Wenn Sie sich die Hände gewaschen haben und die Maske anziehen möchten, fassen Sie die Maske nur an den Schlaufen an. Das heißt, Sie nehmen die wirklich mit den Fingerspitzen so und ziehen sie aufs Gesicht auf und können sie dann zurechtrücken, hier einmal fest andrücken. Wenn Sie die Maske wieder ausziehen möchten, waschen Sie sich wieder gründlich die Hände, ziehen die Maske dann wirklich an den Schlaufen aus und legen sie an einen festen Platz, den Sie zu Hause haben. Am besten wahrscheinlich der Hausflur. Ich schlage vor, ein Schuhkarton zum Beispiel, den kann man im Hausflur hinstellen. Jedes Familienmitglied einen eigenen Schuhkarton. Oder Sie machen es wie bei uns in der Zentralambulanz. Jedes Familienmitglied bekommt einen Haken im Hausflur, Mama, Papa, Kind und dann kann man, wenn man reinkommt, seine Maske einfach an den Haken hängen. Wichtig ist, dass die Masken der Familienmitglieder sich nicht berühren. Wenn Sie die Maske für unterwegs mitnehmen möchten, packen Sie die zum Beispiel in eine Papiertüte oder eine Butterbrottüte. Am besten keine Plastiktüte, die wirklich luftdicht verschlossen ist, denn dann kann sich der Erreger und andere Keime gut vermehren. Also auf jeden Fall etwas Luftdurchlässiges. Kommen wir zum Waschen der Maske. Wir empfehlen die Maske, die Mund-Nasen-Bedeckung, einfach in die Waschmaschine bei 60 Grad zu packen. Wenn Sie die bei 90 Grad waschen, kann es schon mal sein, dass die Masken ein bisschen schrumpfen. Alternativ können Sie die Maske auch einfach einseifen und anschließend mit kochendem Wasser so übergießen und dann ausspülen. Was wir nicht empfehlen können, ist die Maske in den Backofen oder noch schlimmer in die Mikrowelle stecken. Die Maske ist leicht entzündlich, gerade durch den Metallbügel. Außerdem gibt es keine wissenschaftlichen Studien dazu, dass so der Erreger getötet wird. Was wir auch nicht empfehlen können, ist Desinfektionsmittel auf die Maske draufschütteln oder die Maske damit einsprühen. Das kann für den Träger giftig sein. Außerdem kann das auch Allergien im Gesicht hervorrufen und es bringt auch nichts, die Maske in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach zu stecken. Das Coronavirus mag es nämlich gerne kalt. Ansonsten einfach immer daran denken, wer eine Maske trägt, schützt andere.